Hi, ich bin Maxi aus New York. Immer wenn ich durch die Straßen laufe, sabbern die Jungs nach mir, aber mein Leben wurde dadurch ruiniert. Bevor ich weitermache, bitte liked und abonniert. Ich war schon immer ein wunderschönes Kind und meine Mutter hat mich überall zur Schau gestellt. Hast du meine Tochter gesehen? Ist sie nicht wunderschön? Äh, ja, das ist sie. Können sie jetzt die Einkäufe bezahlen? Oh, ähm, ja, sicher. Ich war in die ganze Aufmerksamkeit gewöhnt, aber als ich 15 war, hatte ich es satt. Warum muss ich so schön sein? Warum konnte ich nicht hässlich geboren werden? Maxi, sowas will ich nie wieder von dir hören. Deine Schönheit ist ein Geschenk. Und das tat ich. Ich nutzte meine Schönheit, um jeden Mann zu bekommen, den ich wollte. Eines Tages platzte Mom in mein Zimmer und ich schrie, weil ich mit einem süßen Jungen im Zimmer rummachte. Mom! Maxi, ich habe dich für einen Model-Wettbewerb angemeldet. Oh, Mom, geh raus! Das war mir so peinlich. Alex sah rot aus. Oh, hi Alex. Ähm, hi. Maxi, mach dich jetzt fertig. Was? Warum? Ach, wenn du den Wettbewerb gewinnst, wirst du reich. Aber ich will nicht. Ach, wenn du das nicht mitmachst, bekommst du einen Monat Hausarrest. Ach, na gut. Ich verabschiedete mich von Alex und nahm an dem Wettbewerb teil. Und welch eine Überraschung! Ich gewann. Es hat mich nicht sonderlich gefreut, bis ich erfuhr, dass das Preisgeld 200.000 Dollar betrug. Wenn es etwas gibt, was meine Mutter und ich gemeinsam haben, dann ist es, dass wir Geld mögen. Dana habe ich an Wettbewerben im Ausland teilgenommen. Der Wettbewerb in Paris war hart. Wir wurden mit anderen Mädchen in einem Raum untergebracht und hatten einen Mentor. Hallo, Maxi, ich bin dein Mentor während des Wettbewerbs. Okay, cool, kannst du... Ich erstarte. Der Kerl vor mir war umwerfend. Oh mein Gott, der sollte mein Mentor sein. Ich vergaß alles über Alex. Ähm, ja? Ähm, ähm, wie heißt du? Robert. Mein Herz schmolz dahin. Robert? Sein Name war schon heiß. Ziemlich bald lernten Robert und ich uns kennen. Nach einer Woche im Wettbewerb beschloss ich kein Weichei mehr zu sein und ihn um ein Date zu bitten. Willst du mit mir ausgehen? Er sah verdutzt aus, aber er lächelte. Hm, natürlich. Wir küssten uns sofort und ich sang praktisch vor Freude. Die erste Runde des Wettbewerbs stand an und ich betrat die Bühne. Die Aufgabe bestand darin, mit super hohen Absätzen einen Laufsteg hinunter zu laufen. Das würde ein Kinderspiel für mich sein. Ich ging hinunter, aber plötzlich gaben meine Füße nach und ich knallte mit dem Gesicht auf den Boden. Sorry, Maxi. Beim nächsten Mal. Viel Glück. Ich konnte mich nicht mehr bewegen. Was war gerade passiert? Ich bin noch nicht schon in der ersten Runde rausgeflogen. Das war doch ein internationaler Wettbewerb. Also, das war hart. Nein, ich gehe nicht. Ich will nochmal. Wie bitte? Entschuldigung. Ich will nochmal. Keine Chance, Maxi. Also hier laufen die Dinge anders als bei dir in Amerika. Wir in Europa machen das sehr anders. Verschwinde. Ich wurde von Sicherheitsleuten weggezerrt. Das Peinlichste war, dass das Ganze live im Fernsehen war. Das Internet hat sich über mich lustig gemacht. Und das war keine gute Art von Aufmerksamkeit. Zurück in meiner Umkleidekabine überprüfte ich die Absätze. Ich stellte fest, dass ein Riemen abgeschnitten worden war und ich deshalb gestürzt war. Sie müssen mit der Zeit ausgefranst sein, oder? Nein. Jemand hat mich absichtlich sabotiert, oder? Als ich nach Hause kam, war meine Mom wirklich wütend. Wie konntest du diese Chance wegwerfen? Der Preis waren 500.000 Dollar. Ich weiß es nicht, Mann. Ich weiß nicht, was passiert ist. Es ist alles seinetwegen. Das muss es sein. Meine Mutter deutete auf Robert. Ach ja, ich vergaß zu erwähnen. Robert flog schließlich mit uns nach New York und lebte jetzt hier. Er ging sogar auf dieselbe Highschool wie ich. Das Problem war nur, dass meine Mutter und Robert überhaupt nicht miteinander auskamen. Sie hassten sich. Es tut mir leid, aber es war nicht meine Schuld. Es war wohl deine. Warum ich? Leute, beruhigt euch doch. Es war niemanden schuld. Lasst uns weitermachen und die Sache einfach vergessen. Trotz meiner Bitten stritten sie sich weiter und der Abend endete damit, dass Robert in seine Wohnung und meine Mutter in ihr Schlafzimmer stürmte. Schön zu sein hatte manchmal eben doch seinen Preis. Am nächsten Tag in der Schule ging ich zu Roberts Spind, um dort auf ihn zu warten, aber er tauchte nicht auf. Ich schrieb ihm eine Dutzende Nachrichten und rief an, aber er antwortete nicht. Jetzt war ich besorgt und machte mich auf den Weg zu seiner Wohnung, um ihn zu trösten. Aber als ich dort ankam, war alles leer. Ha, das ist komisch. Ich rief ihn nochmal an, dann hörte ich ein Klingeln in der Wohnung, und fand sein Telefon neben seinem Bett. Hatte er wirklich sein Telefon zurückgelassen? Das war noch merkwürdiger. Er hatte es nie vergessen. Ich geriet in Panik. Ich war bereit, die Polizei zu rufen, als ich erstarrte. Auf dem Bett lag ein Zettel, der mir vorher nicht aufgefallen war. Ich las ihn und spürte, wie mein Gehirn vor Schreck zu explodieren begann. Liebe Maxi, ich bin mit dem ganzen Geld abgehauen. Deine Mutter hat die Wahrheit gesagt. Ich habe deinen letzten Model-Wettbewerb sabotiert. Ich habe dich nur benutzt, um an dein Geld zu kommen. Und das war der einzige Weg. Such nicht nach mir. Du wirst mich nie wieder sehen. Robert. Ich war erstarrt. Wie war das möglich? Warum? Hatte er mich wirklich betrogen? Aber unsere Liebe fühlte sich echt an. Ich überprüfte mein Bankkonto und tatsächlich, es war leer. Ja, gestern waren noch 2 Millionen Dollar drauf. Ich fühlte mich plötzlich sehr schwach und setzte mich hin. Meine ganze Welt fühlte sich an, als ob sich alles drehen würde. Ich erzählte es meiner Mutter und hatte erwartet, dass sie sich drüber lustig machen würde, aber sie hat mich wirklich unterstützt. Wir werden ihn finden und dafür sorgen, dass er das Geld zurückgibt. Mach dir keine Sorgen. Aber ehrlich gesagt war mir das Geld egal. Ich hatte Robert wirklich geliebt. Die Tatsache, dass alles eine Lüge war, enttäuschte mich mehr. Monate vergingen und es gab kein Lebenszeichen von Robert. Dann erhielt ich eines Abends einen seltsamen Anruf. Willst du die Wahrheit über deine Mutter wissen? Triff mich um Mitternacht im Cornerstone Park. Das Telefon wurde abgeschaltet. Oh, die Wahrheit über meine Mutter? Was könnte sie verheimlichen? Später in der Nacht wartete ich im Park und schaute auf meine Uhr. Es war 12.30 Uhr. Wo war dieser mysteriöse Anrufer? Dann spürte ich plötzlich eine Hand auf meiner Schulter und ich schrie auf. Babe, ich bin's. Robert? Zuerst war ich erleichtert, aber dann fiel mir ein, wie er mich um mein ganzes Geld betrogen hatte. Oh, Robert, du Idiot. Was soll das? Maxi, du musst das verstehen. Ich habe dich nicht veräppelt. Ich wollte ihm nur Ohrfeige geben, aber ich erstarrte in der Luft. Hä? Ich habe dich nicht veräppelt. Der Zettel, den du gefunden hast, der war nicht von mir. Wer war es dann? Deine Mutter. Robert hat mir alles erklärt. Er sagte, dass meine Mutter diejenige war, die meine Absätze sabotiert und die Riemen durchgeschnitten hatte. Dann hatte sie Robert gesagt, dass sie ihn als denjenigen, der mich sabotiert hat, hinstellen und ins Gefängnis bringen würde, wenn er nicht nach Paris geht. Er zeigte mir die Videos der Sicherheitskameras, wo meine Mutter in seiner Wohnung war, wie sie den Zettel schrieb. Meine Mutter war die Böse in allem. Aber ich verstehe das nicht. Warum sollte sie das tun? Ich weiß es nicht. Ich musste zu meiner eigenen Sicherheit fliehen und es tut mir so leid, dass ich dich im Stich lassen musste. Aber es musste so sein. Jetzt musst du gehen. Komm mit mir. Es ist nicht sicher bei dieser bösen Frau. Es ist okay, Robert. Ich verstehe. Wir umarmten uns und küssten uns. Aber ich muss zurück nach Hause. Nein, es ist zu gefährlich. Robert, ich mache das schon. Robert zögerte. Jetzt musste ich herausfinden, warum meine Mutter mein Leben ruinieren wollte. Doch als ich zu Hause ankam, zerfiel meine ganze Welt zu Staub. Die Polizei umstellte mein Haus und das Haus sah aus wie ein Tatort. Ich erfuhr, dass meine Mutter in der Nacht, in der ich mich mit Robert im Park getroffen hatte, ermordet worden war. Die Polizei sagte, sie sei ausgeraubt und getötet worden. Ich war verzweifelt. Mir wurde klar. Wegen Robert war meine Mutter tot. Wäre ich nicht losgezogen, um ihn zu treffen, wäre ich hier im Haus gewesen. Ich hätte ihr helfen können. Aber wegen ihm war sie allein. Das würde ich ihm niemals verzeihen. Am nächsten Tag in der Schule sprach mich Robert auf dem Flur an. Maxi, ich habe das mit deiner Mutter gehört. Bleib weg von mir! Robert sah traurig aus. Aber Maxi, meine Mutter ist nur deinetwegen weg! Die anderen Schüler starrten ihn jetzt an. Robert biss sich auf die Lippe. Ich lass dich in Ruhe. Er ging. Ich ging zum Unterricht und alle Augen waren auf mich gerichtet. Dieses Mal starrten mir die Jungs nicht sabbernd hinterher, sondern mitleidig. Ich lebte allein zu Hause, da ich 18 war. Ich brauchte keinen Vormund und war einsam. Ich lebte von dem Geld, das meine Mutter mir im Testament hinterlassen hatte, aber es war nicht viel. Ich war immer noch schön, aber ich bezweifelte, dass ich jemals wieder an einem Modelwettbewerb teilnehmen konnte. Es war der Tag des Schulabschlusses und ich machte mich fertig. Ich wollte raus aus dieser verdammten Stadt und einen neuen Ort ziehen. Für einen Neuanfang. Ich ging zur Schule, aber dann bemerkte ich, dass ich mein Handy vergessen hatte. Ich drehte um und ging zurück nach Hause und als ich eintrat, bekam ich den Schock meines Lebens. Da saß meine Mutter. In der Küche. Als wäre nichts passiert. Mom? Sie schaute auf und sah dann enttäuscht aus. Verdammt, solltest du nicht bei der Feier sein? Mama, ich verstehe das nicht. Ich wäre fast damit durchgekommen. Mit was durchgekommen? Mom, du musst mir sagen, was hier los ist. Sie zögerte. Na gut. Dann hat sie mir die Wahrheit gesagt. Die wirkliche Wahrheit. Und traurigerweise tat die Wahrheit wirklich weh. Ich bin deine Schwester. Meine Mutter war eigentlich nicht meine Mutter. Als sie 18 Jahre alt war, waren ihre Eltern, unsere Eltern, bei einem Autounfall gestorben. Sie hinterließen mich ein Baby, das sie aufziehen musste. Wegen mir konnte meine Mutter, ich meine meine Schwester, nicht all die Dinge tun, von denen sie geträumt hatte. Zum Beispiel Model werden. Also hat sie mich gezwungen, Model zu werden und hat mich benutzt, um Geld zu verdienen. Als ich dann Robert kennenlernte, sah sie ihre Chance, mich ein für alle Mal loszuwerden. Sie stahl mein Geld, legte Robert rein und täuschte ihren eigenen Tod vor. Die Leiche, die die Polizei gefunden hatte, war nicht ihre, sondern die einer anderen Person, die sie aus dem Leichenschauhaus gestohlen hatte, die ihr sehr ähnlich sah. Die Polizei war sich so sicher, dass sie sich nicht mal die Mühe gemacht hatte, Fingerabdrücke zu nehmen. Ich war sprachlos und... Und was jetzt? Jetzt? Sie hob ein Messer. Jetzt musst du sterben. Du weißt zu viel. Ich keuchte und wich zurück. Meine Schwester stürmte auf mich zu, bereit zu töten. Doch plötzlich sprang jemand aus dem Nichts auf und warf sie zu Boden. Es war Robert. Robert? Maxi, lauf! Robert und meine Schwester kämpften, bis es Robert schließlich gelang, sie zu fesseln. Robert und ich standen da, atemlos und küssten uns. Danke, dass du mir das Leben gerettet hast. Für dich tue ich alles. Was sollen wir jetzt tun? Er zögerte. Wir sahen meine Schwester an. Ich wählte den Notruf. Es war an der Zeit, dass meine Schwester für das bezahlte, was sie mir angetan hatte.